Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video heute auf Scorpion Plays. Habe ich nämlich gestern auf dem Impact Channel gesehen und fand ich geil. Check das Video auf dem Impact Channel gerne auch ab. Und zwar Instagram bestimmt, was ich zocke. So, und die allererste Frage, die ich heute bei meiner Instagram Story, wenn wir nicht folgen, ich heiße dort Marcel, die allererste Frage, die ich gestellt hatte, war, welches Game ich überhaupt zocken sollte. Und das sah dann ungefähr so aus. Leute, ich mache heute etwas Besonderes auf Scorpion Plays. Und zwar Instagram bestimmt, was und wie ich zocke. Also zocke ich heute lieber Call of Duty oder zocke ich lieber Fortnite? Das ist die erste Frage. Wie ihr hier sehen könnt, war das Ergebnis ziemlich einstimmig, also habe ich Fortnite angemacht. Als zweites wollte ich dann wissen, welchen Skin ich benutze. Okay Leute, ihr wollt, dass ich Fortnite spiele. Jetzt die Frage, spiele ich als der Sensenmann aka John Wick oder spiele ich als Kuschelbeauftragte? Das müsst ihr jetzt entscheiden. Und wie ihr seht Leute, es ist John Wick geworden. Als nächstes ging es darum, um welchen Modus es sich heute handelt. Ich habe länger nicht gezockt, deswegen ist die Frage, spiele ich Solo vs. Du oder spiele ich Solo? Leute, was spiele ich? Und wie ihr seht, Solo vs. Solo wird also heute gezockt zusammen. Ja, wenn ihr bei sowas auch mitmachen wollt, ihr wisst, wo ihr es findet, einfach bei Instagram die Story angucken. Und natürlich die allwissende, wichtigste Frage. Ja Leute, jetzt ist nur die große Frage, wo gehe ich denn runter? Ich gebe euch die Auswahl zwischen Tilted und Pleasant Park. Leute, wo gehe ich runter? Und das Ergebnis ist natürlich ganz klar, Leute, ihr wollt, dass ich nach Tilted gehe. Das bedeutet, wir spielen jetzt mit John Wick eine Runde auf Tilted Towers hier. Ihr seht es vielleicht hier. Zack, da sind wir rübergegangen. Das bedeutet, okay, wir haben John Wick ausgewählt. Wir spielen jetzt eine Runde Solo. Let's go. Vielleicht kriege ich es ja sogar gleich hin, in der Runde eine Frage zu stellen, Leute. Also Tilted ist es natürlich geworden. Okay, die Flugbahn ist dafür auch okay. Ich habe echt seit längerer Zeit nicht mehr richtig Fortnite gezeugt wegen dem Umzug und so. Ich will jetzt endlich wieder reinkommen. Deswegen passt sich das eigentlich ganz gut, dass ihr euch für Fortnite entschieden habt. Ich finde es sowieso krass. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass meine Abonnenten sich noch für COD entscheiden. Aber es ist einfach so, Fortnite ist einfach mehr im Hype. Ich sehe auch in den Klicks von dem Black Ops 3 Video von gestern. Und ja, es ist einfach krass so. Das umdreht mich selber immer noch. Warte, vielleicht jetzt ganz schnell eine Frage, wohin in Tilted. Alter, warte mal, da muss ich mich aber richtig beeilen jetzt. Ah. Okay, Leute, schnell, schnell. L-Tower oder Main. L-Tower oder Main. Oh Gott, warte mal. Oh Gott, wie soll ich das schaffen? Main. L. Post. Okay, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Aber ich werde kein Ergebnis mehr sehen können. Nein. Nein. Egal, wir gucken trotzdem kurz. Vielleicht sterbe ich ja direkt. Dann kann ich es in der nächsten Runde benutzen. Belastend, Leute. Ach. Belastend. So. Oh Gott, Leute, wie traurig. Wie traurig. Wie traurig. Okay, jetzt habe ich ihn endlich. Erstmal wieder voll daran gewöhnt, Leute. Okay, Leute, da haben wir beide. Okay, nice. Okay, Leute, Granatwerfer und Medi. Da oben ist noch nicht gelootet. Gucken wir mal, was die Kiste bringt. Oh, ein Big, ein Big Schildsen. Den konsumieren wir direkt mal auf X, meine Freunde. Weil ich merke so hart, dass ich erst mal wieder reinkommen muss, Leute. Also der Loot ist auf jeden Fall nicht schlecht. Was lasse ich denn jetzt mal liegen, Alter? Für den Big Schildi. Ja, komm, lassen wir die liegen, Alter. Okay. Noch eine Kiste da? Noch eine Kiste da, Leute. Unglaublich. Aber eigentlich cool, dass ihr jetzt bestimmt habt, was ich zocke, finde ich. Ich finde das irgendwie nice. Keine Ahnung, Alter. Noch ein... Leute, was ist das für ein Loot, Leute? Okay, gucken wir mal, ob wir es noch können oder ob wir es nicht mehr können. Wir können es eindeutig nicht mehr. Wir können es nicht mehr. Ich habe ein HP, Leute. Digga, wie hat er mich so hart angeschossen? Okay. Jawohl, Leute. Ich habe ihn und ich habe seine Ska. Gib sie jetzt schnell. Okay, okay. Oh, wie haben wir das überlebt, Leute? Wie haben wir das überlebt? Es war so wichtig, ey. Er hat mich so angeschossen. Okay, habe ihn. Let's go. Nehmen wir die Minis mit. Perfekt. Okay, jetzt müssen wir auch los, Leute. Die Zone wird mich schon nach hinten jetzt. Nein! Boah, ich habe es gerade noch geschafft, da drauf zu fallen. Okay, wir haben eh noch zwei Medis, deswegen ist das kein Problem. Okay, ich bin für die erste Runde eigentlich zufrieden. Das ist die erste Runde seit langem. Da hinten sind solche Kämpfe längst von mir. Gar keinen Bock da drauf. Die sollen ruhig mal machen, da hinten, Alter. Uiuiuiui. Gott sei Dank. Wie weit müssen wir? Oh Gott, wir müssen weit. Wir sind fast gestorben. Nein, Leute. Oh, so ein Mist, ey. Okay, die Umfrage ist jetzt doch gepostet worden. Also sollen wir Main gehen, diese Runde. Okay, perfekt. Dann hat sich das ja doch gelohnt. Okay, Leute. Dann gehen wir jetzt mal... Ey, Leute. Main meine ich. Ohne Scheiß, Leute. Ich habe das Spiel seit wirklich zwei Wochen keine Sekunde gespielt. Und dafür bin ich echt zufrieden. Erste Runde direkt. Fünf Kills mit den kältsten Händen der Welt. Ich kann meine Hände kaum koordinieren, Alter. Egal, Leute. Wir kriegen das auf jeden Fall gebacken. Wie gute Bäcker. Gucken wir mal, ob wir jetzt überhaupt einen Main-Winkel hinkriegen oder nicht, ey. Keine Ahnung, Leute. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Wäre auf jeden Fall nicht verkehrt, wenn wir es da jetzt rüber schaffen. Von dieser Seite verschätze ich mich immer. Deswegen fliege ich jetzt mal ein bisschen weiter so. Ich habe jetzt auf jeden Fall diesen coolen Schirm hier geholt, wenigstens. Das war das Erste, was ich mir jetzt gekauft habe, weil ich den echt cool finde. Ja, wir kommen dann bei Main in der Nähe auf jeden Fall runter. Wir kommen jetzt nicht aufs Dach oder so, aber wir kommen hier direkt nebenan. Können wir uns vielleicht noch irgendwas mitnehmen? Was liegt denn da auf dem Dach, Goldenes? Egal, kann wer anders haben. Ach, die Falle hätte ich nehmen sollen, ich Idiot. Die Falle hätte ich nehmen sollen. Kennt ihr diese Runden, Leute, die so anfangen und ihr wisst genau, It was at this moment, Marcel knew, he fucked up. Hier oben ist eine Falle drin. Äh, fast leider habe ich eine Kiste drin. Absolut versprochen. Noch ein Biggie, wenigstens. Boah, dieser Weapon-Switch, wie lange der dauert. Das ist ja nicht mehr lustig, Digga. Das ist ja voll scheiße geworden. Ich habe mich schon gefragt, warum ich nicht geschossen habe. Ab jetzt weiß ich es, Alter, ist das behindert. Gib her, die Scheiße, man. Digga, ist das behindert geworden, Digga. Oh mein Gott, regt ja voll auf. Ups, da hat jemand wohl meine Fallenkarte aktiviert. Haha, so ein Mist. Ich brauche aber Tränke jetzt. Ah, sehr gut, der kommt mir auch sehr gelegen. Wow. Wieso könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Kann ich jetzt bitte trinken oder ist es nicht erlaubt? Die kommen ja alle her, Leute. Was soll ich machen? Da hinten ist jemand. Habt ihr ihn gesehen? Da drüben ist er jetzt schon. Das lohnt sich nicht. Hier sind Schritte, Leute. Da oben, da oben, da oben. Oh mein Gott, Leute. Was für ein Aim. Leute, ohne Scheiß jetzt. Was habe ich mit ihm gemacht? Oh mein Gott, die Zone kommt. Schnell, 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 schnell. Und dann Jumphead. Okay. Gib mir das Material. Gib mir das. Gib mir. Nein, nein, nein. Gib mir den. Gib mir die. Leider hat ich jetzt nicht viel mehr Zeit abzuchecken. Da hinten ist einer. Ah, die Zone moved. Okay. Scheiße. Ich wollte eigentlich noch looten vorher. Egal. Lass es sein. Schluss jetzt. Einfach sieben Kills, Leute. Das ist für mich echt nicht mal schlecht. Da hinten, der chillt auch immer noch in seiner Drecksbase. Ich würde sagen, wir ziehen erstmal durch, oder? Ich muss eh da lang. Da hinten wartet auch schon der nächste in seiner Base. Zwei heftige Hits hat er kassiert. Da ist auch noch einer. Der macht mir Angst hier. Der hinter uns. Der macht mir zum Beispiel keine Angst hier. Noch drei Gegner. Da hinten ist der eine in der Base. Ach, ich muss eh laufen. Scheiß drauf. Was soll's. Schön ist hier außen rum. Acht Kills haben wir, Leute. Soll ich ihn pushen einfach? Ganz schön hoch, um ihn zu pushen. Ach, scheiß drauf. Okay, never mind, never mind. Ich glaube, er ist gerade beschäftigt. Oh nein, der hat wehgetan. Aua, aua, aua. Wenn ich jetzt hier schnell rüberkomme, wäre das richtig big. Jawohl, bin ich. Okay. Da hinten baut sich noch einer. Seht ihr den? Der weiß wahrscheinlich, dass ich hier bin. Ich mach jetzt mal was sneaky. Das hab ich noch nie versucht. Okay. Okay. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich hab's gewonnen Leute, was? Ich hatte mit null gerechnet, das muss auch direkt in die Story rein, was? Ich glaub's gerade nicht Leute, Leute, ich will nicht sagen, aber es hat funktioniert, es hat gerade einfach mal funktioniert, heftig Leute, ey, damit hätte ich jetzt null Prozent gerechnet, ey, ich hab so Herzklaufen gerade, wie konnte ich diese Endszene überleben, obwohl ich gar keine Hände hatte, egal, haut rein, bis zum nächsten Mal, lasst ein Like da und ciao, ciao.